Hallo, nicht so auf die Linse. Ja, dann gib die weg aus meinem Gesicht. Sabine, jetzt mein Hände raus. Ja, es war jetzt schon jetzt raus. Gold aus. Ist aber schon wieder drin. Machst du ein Video? Ja. Raum bei der Arbeit. Hallo, Raum bei der Arbeit. Dann musst du jetzt am Anfang mein Projekt mitmachen. Danke. Ich fände dir nur ganz traurig über die Schulter. Oh. Ich kann das nicht. Guck mal weg. Ich kann es doch nicht. Nicht, wenn ich vorbeibst. Ich guck doch gar nicht. Ich wollte deine Vorbeibach. Ich wollte deine Kamera.